Hey Freunde, was geht? Es ist Freitag, alles chillig, Wochenende kommt und ein kleines Infovideo. Auf jeden Fall, ich bin wieder am Dampfen, ich habe jetzt seit 9. wieder nichts geraucht, weil, wie seh ich, ich habe einmal eine probiert, aber wenn es zum Rauchen aufhört, probiert es nicht einmal eine. Ich habe es 19 Tage geschafft, habe ich wieder nicht geraucht, jetzt bin ich wieder am Dampfen, ich will 2021 komplett Zigarettenfrei sein und wenn wir einer geraucht, ich brauche wirklich eine und bin wieder drin beim Rauchen. Alles für den Arsch, aber jetzt mache ich es genauer. Auf jeden Fall, Infovideo, ich bin bald beim Vorstellungsgespräch. Vorstellungsgespräch, nicht für Arbeit, sondern für Therapie, in Mauer auf dem Pavillon 11. Da werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr, Jänner, Februar, es steht sonst was ja hinkommen, Videos kommen ganz normal, aber vielleicht nicht zu den richtigen Uhrzeiten. Ich weiß nicht, wie lange das dauert am Tag und wann ich aufstehen muss, das weiß ich eigentlich noch nicht. Das war ja am 16. das Gespräch. Und jo, dann nächste Schritte sind dann, wenn ich die Psychotherapie gut meiste, dass ich dann Führerschein mache und wieder arbeiten gehe. Und wisst ihr, was das bedeutet, wenn ich Kohle verdiene, ich mache am Anfang eine Lehre, da verdiene ich noch nicht so viel. Oder schauen wir mal, was ich finde, am liebsten eine Lehre, weil Ausbildung ist nicht schlecht und mein Hobby mache ich sowieso weiter. Auf jeden Fall, jo, will ich eine Arbeit und dann, wenn ich einmal vielleicht eine WG oder so oder ein Miethaus oder zumindest eine Mietwohnung, aber am liebsten ein Miethaus mit ein paar anderen chilligen Leuten mal gucken. Aber wenn das funktioniert, dann wird es noch viel geilere Videos geben, weil dabei kenne ich ja keinen anderen YouTuber eigentlich in meiner Größenordnung. Und größere YouTuber werden mit mir keine Kollaborationen eingehen, weil mit 75 Abonnenten ist man halt noch nicht wirklich groß. Also ich bin sehr dankbar dafür, ich bin stolz auf mich, nächstes Jahr will ich die 100 knacken und jo, das ist ein 21 wieder geiles Jahr, weil dann gibt es wieder Reiseflugs, auf jeden Fall, wenn es mit Corona ein bisschen weiter runter geht, die Zahlen und alles fresh, vielleicht wird es eigentlich nicht impfen, schauen wir mal, was dazu abgeht. Auf jeden Fall, nächstes Jahr wird es, glaube ich, geil, dann kann ich vielleicht wieder mit Sport anfangen, da zeige ich euch schnell meine Narbe und meine Platten, ich hoffe, man sieht sie jetzt. Hier, da ist mein Narbe, schaut auch schon wieder gut aus, haltet, fresh, fresh, fresh. Eigentlich habe ich vorher schon ein Video gemacht, aber das hat mir nicht gefallen und so habe ich mir Energie reingestückt, dass ich etwas meiner Wahnsinn entfalten kann. Okay, Leute, bevor ich abschweife, bei mir geht's bergauf, ich hoffe, bei euch geht's auch bergauf, ich wünsche euch ein mega-nices Wochenende, schiebt euch die Nudeln ab oder sonst irgendwas. Heute bin ich aber crazy. Okay, lasst mal, lasst mal, Leute, okay, good, Leute, peace out, schönes Wochenende, ciao.